Mein Gefühl sagt ja, war auf jeden Fall eine schöne Außenrissflanke von Stojkovic. Und natürlich Rapid und natürlich über rechts. Der Pass in die Mitte war gut für Knastmünder. Siebenhandel kommt zu spät und was macht Kitagawa? Unglaublich! Er arbeitet aber nach, holt den Ball zurück. Was für eine Szene von Koya Kitagawa. Der schien schon zu steil zu sein. Siebenhandel nimmt den Zweikampf nicht an, will nicht den Elfmeter verursachen. Und Kitagawa, Aflonitis vor der Linie, kann klären. Dann noch der Fehler von Hirlander. Arase luchst ihm nochmal den Ball ab.